Norddeutscher Rundfunk 2021 Haben Sie nicht neugierig in irgendeiner Location, in der Dram in Bissary, gehofft? Ja bestimmt. Ich ja. Ja, ja. Wo in? In der Dram in Bissary. Nö kann nicht sein. Na das weißt du doch. Du hast doch mit dem Moby an der Turntables gesiegt. sprechen sie niederländisch na das warst du doch du hast doch mit dem mobi an der turntable zierockt was reden sie was reden sie verstehen sie nicht nein ja wie kommt das denn ich bin nicht so schlau wie die ja nun wie ist das denn mit dem dram an psg ich kann es auch noch schlecht verstehen wieso ja ich höre schlecht haben die ja nichts verstanden oder ich habe dich doch neulich in irgendeiner location in der drama und besser geortet nein 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 wieso törnen dich eigentlich nur so die richtig fetten weibs an wer mich nicht dass ich wüsste da unten dich nicht an na gibt es doch zu dass du die fetten weibs bei den fetten weibs richtig abgehst nein 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 die können sich ja nicht bewegen die fände was sind denn für dich die richtigen fetten weibs gar keine gar keine wieso nicht warum sollte es denn sein es gibt ja noch ein schönheitsideal ja und das wäre das ist individuell zumindest bei mir keine dicken hallo alter ja wenn du wüsstest was geht hättest du schon lange geschickt dass hier einbahnstraße ist ich bin ich von hier ein serie slim fedi please stand up du sprichst du please stand up was repräsentest du denn was repräsentest du denn ich bin randner ich repräsentier nix mehr so ja digger wo hast du deine hut was hab ich wo hast du deine hut ja den habe ich am kopf was repräsentierst du denn was was repräsentierst du denn wie das verstehe ich nicht weil sie fragen ja digger repräsentierst du hast du deine hut ich habe kein hund ja ich habe nicht schon gesagt hast du am wochenende wieder einen breiten geschoben was ist denn überhaupt breiten einen breiten was ist das dann ein breiten ja so nennt man doch nennt man die dinge ob sie breit sind oder lang reden sie von einem präservativ nein haben sie am wochenende wieder einen breiten geschoben was ist denn nachschlag